Dies ist ein Download von Deutsche Welle Radio. Wenn Sie mehr über uns wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet unter dw-world.de. Deutsche Welle. Deutsch lernen mit Nachrichten. 31.10.2007, 11 Uhr in Deutschland. Madrid. Dreieinhalb Jahre nach den Terroranschlägen von Madrid werden an diesem Mittwoch die Urteile gesprochen. Für die acht Hauptangeklagten hat die Staatsanwaltschaft jeweils fast 40.000 Jahre Haft gefordert. Insgesamt stehen 28 Männer vor Gericht. Die Anschläge in der spanischen Hauptstadt vom 11. März 2004 waren die verheerendsten in der Geschichte des Landes. Islamistische Terroristen hatten in vollbesetzten Pendlerzügen zehn Bomben zur Explosion gebracht. 191 Menschen starben, über 1.800 wurden verletzt. Moskau. In Südrussland sind bei einer Bombenexplosion in einem Omnibus mindestens acht Menschen getötet worden. Mehr als 40 Menschen, darunter auch viele Passanten, erlitten Verletzungen. Die Detonation ereignete sich in der Industriestadt Togliati an der Volga, mehr als 1.000 Kilometer südwestlich von Moskau gelegen. Über die Hintergründe des Anschlags ist noch nichts bekannt. Neu-Delhi. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Indienbesuch bei Gesprächen mit Künstlern und anderen Intellektuellen des Landes fortgesetzt. Zudem traf sie junge Berufstätige im Goethe-Institut in Neu-Delhi. Die Kanzlerin reist heute in die indische Wirtschafts- und Finanzmetropole Bombay, wo sie an einer Veranstaltung der Deutsch-Indischen Handelskammer teilnimmt. Merkel hatte am Vortag mit dem indischen Premierminister Manmohan Singh eine engere Partnerschaft in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft vereinbart. Angestrebt wird eine Verdoppelung des Handelsvolumens in den kommenden fünf Jahren. Moskau. Im Streit um das iranische Atomprogramm hat Russland erneut weitere Sanktionen gegen den Iran abgelehnt. Einseitige Sanktionen seien nicht hilfreich bei den gemeinsamen Bemühungen um eine Lösung des Streits, sagte Außenminister Sergej Lavrov. Er äußerte sich nach einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad in Teheran. Russland sei ausschließlich für eine friedliche Lösung, betonte Lavrov nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Interfax. Er forderte Ahmadinejad auf, aktiver mit der internationalen Atomenergiebehörde zu kooperieren. Die USA hatten in jüngster Zeit wiederholt neue Sanktionen gegen Teheran verhängt. Zuletzt vergangene Woche Gegenteile des Militärs und drei Banken. Kabul. In der afghanischen Hauptstadt ist eine Konferenz zum Kampf gegen den Drogenhandel eröffnet worden. Der Vertreter der UN-Anti-Drogenbehörde in Pakistan, Vincent McLean, rief die 55 Teilnehmerstaaten zur Zusammenarbeit auf. Er begrüßte eine Vereinbarung, die in diesem Jahr von Pakistan, dem Iran und Afghanistan zur Bekämpfung des Drogenhandels unterzeichnet worden war. Afghanistan, aus dem 90% des weltweit hergestellten Heroins kommen, hat vor allem in seinen Grenzregionen zu Pakistan und dem Iran Opium-Anbaugebiete. Laut McLean wird der größte Teil des Opiums noch in Afghanistan selbst zu Heroin und Morphium verarbeitet. Gaza-Stadt Bei einem israelischen Raketenangriff auf ein Polizeirevier in Kan Yunis im südlichen Gaza-Streifen sind mindestens vier palästinensische Polizisten getötet worden. Nach Angaben von Augenzeugen und Krankenhäusern wurden zudem zehn Menschen verletzt. Das israelische Militär teilte mit, der Angriff sei eine Reaktion auf palästinensischen Raketenbeschuss. Nach israelischen Angaben haben militante Palästinenser rund 2150 Kassam-Raketen aus dem Gaza-Streifen abgefeuert, seit Israel im Sommer 2005 den Gaza-Streifen geräumt hat. Nachdem die radikal-islamische Hamas im Juni dort die Macht übernommen hatte, erklärte Israel den Gaza-Streifen im September zum feindlichen Gebiet. Santo Domingo Durch den Truppensturm Noel sind in der Dominikanischen Republik und in Haiti nach jüngsten Behördenangaben mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Viele werden noch vermisst. Die meisten Opfer wurden von über die Ufer getretenen Flüssen mitgerissen, andere von Schlammlawinen und Erdrutschen verschüttet. In Haiti leisten Soldaten der UN-Mission den Betroffenen Unterstützung. Zuletzt zog der Sturm über Kuba hinweg. Dort wurden mindestens 2000 Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht. Schwerin Ein umstrittener Spezialtransport mit dem Reaktordruckgefäß aus dem stillgelegten Kernkraftwerk Rheinsberg in Brandenburg ist im atomaren Zwischenlager Nord in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern eingetroffen. Der mehr als 13-stündige Fahrt Die mehr als 13-stündige Fahrt Die mehr als 13-stündige Fahrt war nach Angaben der Energiewerke Nord der bundesweit erste Transport eines radioaktiven Druckgefäßes per Zug. Eine Gleisblockade bei Chemnitz nur wenige Kilometer vor dem Zwischenlager in Lubmin hatte die Ankunft um zwei Stunden verzögert. Gegner des Transports hatten massive Bedenken gegen die Sicherheit der Brücken auf der rund 290 Kilometer langen Strecke geäußert. Der DDR-Versuchsreaktor Rheinsberg war vor 17 Jahren stillgelegt worden. Das Wetter in Deutschland zunehmend sonnig und weitgehend trocken. Nur im Norden und an den Alpen etwas Regen. Die Höchsttemperaturen erreichen 10 bis 13 Grad. Zuletzt meldeten Hamburg 6 Grad leicht bewölkt, Berlin 5 Grad dunstig, Dresden 6 Grad regnerisch, Köln-Bonn 4 Grad freundlich, Frankfurt am Main 3 Grad leicht bewölkt und München 6 Grad stark bewölkt. Köln-Bonn 5 Grad 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 Untertitelung des ZDF, 2020